Herzlich Willkommen zurück, hallo YouTube, hallo Leute, bei Red Dead Redemption, genau, bei Dead Island Ripped Light. Wir haben ja in den letzten Part hier wieder das Drogenlabor hier gefunden und einen ewigen Bossfight uns geliefert. Aber erstmal werden wir, glaube ich, eine Stoppuhr jetzt stellen. Während er mal wieder Scheiß erzählen kann. Also, ey, ich wollte gerade irgendwas nehmen, weil das nicht mehr. So, komm, dann gehen wir mal zu dem Brucey zurück. Brucey? Zum Brucey. Nee, ich treffe auch da. Weiter. Ähm, wo ging's denn hier runter? Hier. Hier, guck mal, hier ist ein infälliger Hammer und ein Schraubenschlüssel. Guck mal, das ist vielleicht was für dich. Äh, infälliger Hammer, nee, das hab ich gerade noch gekriegt, zwei Neuwaffen, wenn ein Kotzer wäre. Ähm, äh, Alter, da unten, ich weiß nicht, ob hier der Kotzer war, aber ich glaub schon. Also nicht, ich hab hier so ein komisches... Ich bring mal erstmal hier, ach, jetzt falle ich mir einen schweren Hammer. Komm, oh ja, hier, jetzt zähl mal hier mal eine. Hier werden die Chewbacca. Chewbacca. Ich kann da nicht, äh, treffen, irgendwie. Und jetzt ist der Kotzer droht. Der rutscht gerade an mir vorbei. Warte, ich kann nicht wieder leben, den ja nicht. Schade. Rochenschwanz. 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 Jetzt sind wir noch bei, bei, bei Schnee im Dschungel. Ja. So weit ich weiß, ja. 23 cm in die Richtung, ach, ich hab dann. Wo ist ja eigentlich unser Boot? Bootybo. 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 Wo ist denn da? Wo ist denn da? Weil unser Boot, die Boot ist. Das ist da. Ich bin nicht richtig über die, über die Bootyge laufen. Also nicht. Ne, hier sind wir falsch. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich doch hier nicht aus. Ist ja nicht so, als, äh, würde ich hier wohnen. Warum gehst du da denn hin hoch? Wissen wir gar nicht. Ähm, warte mal. Ich setze mir mal eben den Pfeil hin. Ach du Scheiße, guck mal, wie weit das hier unten ist, ey. Heilige Scheiße. Was machst du denn da hier? Leichenschänder? Oh, mach ich jetzt halt gleich. Guck mal, da rutscht einer runter. Warte. Jetzt leidet er nur runter. Hm. Das ist nicht ärgerlich, das ist ärgerlich, würde ich sagen. Da ist unser Boot, die Boot. Wo ist unser Boot? 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 Soll ich wieder drive'n? Oder wird's nie drive'n? Ah, da kommt einer! Hallo! Wer bist denn du? Edwin? Edwin? Edwin, bist du's? Edwin! Aua! Heilige Scheiße! Ich weiß, der hat keinen Arm mehr! Da genau, statt du mir hilfst! Aua! Das können Sie sehen! Ja, das fühlt sich mir erstmal weh! Sam! Ich werde ganz viel angelaufen lassen. So! Andriven wir mal! Wir kommen auf jeden Fall näher! Ha ha ha! Mach's mich nicht an! Jawoll! Ey, was sind denn das hier für Dschungelgewohner? Nein! Nee, Dig! Was bin ich? Aua! Ah! Oh! Läuft aus. da ist die abkommend sagen wir auch so gehen mit zu tun die hintersehen einigermaßen ich lasse ich zurück auf die Kiel wenn es in Ruhe ja auf jeden Fall nur, dass er... ah, bist du gestorben, oder was? Guck mal! Guck mal! Ach, scheiße, ey! Ah, jetzt bin ich tot! Ich finde die nicht so kritisch. Ich will doch einfach weiter, ich sehe mich gar nicht. Haha, ich bin hier... Ach, wer bist denn du? Wer bist denn du? Nein. Und... Nicht noch die Umstände, oder? Du! Jetzt rachst du meine Pläne schon einmal wieder aus, weil du... Scheiße sagt... Guck mal! Hier gibt niemand! Brauchst du etwa Hilfe? Oh, ein doppelter Head, komm! Head, komm! Ja, komm, komm hier rüber! er er hat ein paar Nieren ein halbwegs Arnitt als Volk er kommt in der Bibliothek aber holt Geld mit den Zollernicht oder ich habe dann mal ein Punkt heute kommt er wieder und ich denke mir vor ich habe ein Auto holen die arzt ja Parkverlust wir wurden über mein Leben tot er kann nicht wahr sein das ist das wirkt mich auf und wenn ich nicht aber nicht so ja genau, ich habe die Vorarbeit gemacht komm ich steig schnell ins Auto der arme Mann, war der arme Mann, war wir waren schon 5000 mal um irgendwie noch nicht rein drücken, da ist nichts passiert wenn sie steckt der ein, der S&B links 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 ja, der hat halt einen größeren Wendekreis und ich musste gleich da unten halten, weiter 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 ey, ich muss da halten doch greift 1000 von 18.000 Gesellschaften wie das sieht alles voll, Fernräder da ist ein Exploder doch äh, Wurfmesser ich habe ihn weg, geh weg keine Aussagen werfen das ist das nicht gar nicht ich will mal was verlieren oh, jetzt habe ich keine Medizin mehr keine Medizin mehr weil ich dich gerade der Halter habe, was ich gar nicht wollte da wird ja warte ich werde es hat er den Alium, der hat Alium der Alium dann gehen wir ja mal schnell zum Drogensüchtigen folgen sie mehr Und aufwendig. Jetzt ist er bald ein Roboter. Ich bin gerade ein Roboter. Äh, immer noch. Nein, nein. Nein, so. Hier, wo... Hier, ach hier. Hallo, Wursi. Oh, fuck yeah. Rock'n'Roll. Ich bin nun von Spiel getrennt. Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Pretty awesome, innit? Und herzlich willkommen zurück bei Jeff Pallenge. Pallenge 16 noch? Beziehungsweise sind wir wieder da? Bei ihm ist gerade das Internet abgeschissen und dann habt ihr, glaube ich, bei mir noch gesehen, wie ich mit ihm geredet habe und die Missionen abgeschlossen habe. Aber ich kann ja mal gucken, was er mit uns handeln kann. Ja, Messingschlagring habe ich gekriegt. Starker Messingschlagring habe ich gekriegt. Ja, andere noch von... ...zumachen. Ich muss selber erst mal gucken. Das muss ich wieder... Das muss ich wieder... Ich hoffe, muss ich wieder... ...abgelten. Und ich ziehe ihn genagelt. Ich habe einen Nagel, ja. Wenn nicht, weil dann kann ich nämlich meine Wapp... Schwitzer. Da fehlt mir noch ein Gurt, ein Rundmesser und ein großer Nagel. Warte, wo bist du? Da. Äh, warum will ich denn den Nagel? Brauchst du einen großen Nagel, brauchst du? Ja. Nägel. Siebenmal. Siebenmal habe ich einen großen Nagel. Schmerztabletten? Was soll ich denn mit Schmerztabletten? Wie viele große Nägel brauchst du? Einen noch. Kein Handeln akzeptieren, ja. Kein Erfolgreich abgeschlossen. Warte, was, äh, ich habe ja was vor, jetzt. Oh, hast du noch einen Gurt? Wir müssen noch eben eine andere Quest machen. Inmalachs. Wie? Ach, ich dachte schon. Ähm, bekämpfe den Schmerz. Machen wir jetzt. Bekämpfe den Schmerz? Ja. Bekämpfe den Schmerz mit, äh, jetzt wieder Schmerztabletten ab. Die braucht er doch. Mal wieder. Das geht irgendwie fortlaufend, ne, Quest. Also bestimmt unendlich lang. Da ist irgendwie alles verlassen, kann das sein? Oh, wo bin ich denn hier? Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Hey, spring noch. Mann! Wir können den Autotyp fragen, der da ganz vorne sitzt. Hier ist ein, ja, hier ist ein Typ. Wir kommen an, mal quatschig. Dann rede ich jetzt mal mit ihm. Mit, nein, noch nicht, noch nicht, hier. Komm mal hier hin. Ich bin mit Schmerztabletten. Ausstieg, naja. Nein! Was, was? Warte, nein, ich muss nur den Kreis. Noch ein paar. Ausnehmenden, kann ich einfach nur schwer. Ich bin mit Schmerz am Linden, hier. in der Oberdeckung ich habe keine mehr ich habe mich immer noch und ausdauer und 10 Prozent kommen wir sprechen mit den Dienstwunster mit den Jackson 6 Martini ist hier und schießt hat doch mal die Bumme weg du machst mir Angst der Kälte schlägt schon das Tor ganz ruhig wo es macht es wo es mag uns die Stadien sie hat sie geteilt die Zulassung was ist mit dem Sitz es wieder geht zum Paradies Survival Camp ach du scheiße guck mal wie weit das weg ist ich muss gerade mal Paradies ja echt die ist noch nie mehr ausgewählt 526 Meter die hab ich noch nicht mal als Quest bei mir ist noch das wie ist doch das Ritual abgeschlossen geh nach Halley geh zum Paris Survival Camp ach so ach so das ist noch von der Hauptquest das Ritual jetzt verstehe ich sicherer Ort Gegengift können wir machen was das Ritual jetzt ist ja komm 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 auch die kann nicht mehr kosten Schnitt 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 das Ritual weil die Ausdauer ist jetzt richtig geil bei mir hallo 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 Ritual und wir in den Umbätser hier hinten kommt man mit ich habe Weg gefunden er kommt immer hinterher gerannt Nein! Lass sie! Das Bein spritzt noch! Oh! Ach du bist! Hallo! Ich schnitt 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 Oh du fällst um! Okay, wenn du das willst Er sieht gar nicht mehr an! Oh, hat er denn hier gemacht? Weiß ich nicht! Ach, da ist ein Auto! Ach du Scheiße! Egal! Komm her! Guck ab! Noch ein Schnitt! Ja, komm mal her! Mann! Oh ne, der ist schon tot! Ach, wir sind in die Richtung und wir müssen noch da Ach, wir sind ein Hackmesser! Warte, ich muss noch was aus dem Inventar schmeißen Und ne, was sagst, ne, Stockmesser fallen lassen So ein Schnau Gott ist jetzt. Ihr bist rechtlich. Geh weg, Mann... Warum ich ja alles grün? Wie mein, nein... Ja, ja... das geht nicht um die Hörer besten Autos so müssen wir kommen Lohmann schnitt schnitt aufstehen schnitt schnitt allein ich würde um die Lerner und er war auch ein Messer mit und ich will nur beim Vorhause kommen entgegen er hat mit dem Beinemann die Wettbewerbungen für mich ärgern meinst du Fähigkeiten, warte mal, was mache ich denn jetzt nochmal? Erbeutetes Geld, ne. Regen, ja, Regeneration mache ich jetzt. Ja. Ich habe Regeneration gemacht. Er regeneriert 15% Gesundheit pro Minute. Erwichtigste für das Brechen von Knochen von Feinden. Haha, geil. Oh ja, komm doch. Wo gehst du hin? Herr Fäule, ich bin. Ich bin. Ich bin. Sie sind ein Wettbeutschläger. Ja, auch nicht, kommt. Stell dich ein. Gott, ich bin. Da ist, ähm. das Wort mit B und H am Ende, und dann Fight hinterher. Komm, steig ein. Okay, dann fahren wir mal. Ich muss auch erst mal drehen, ich will nämlich nur vorwärts fahren. Ja, perfekt, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht, er muss zu mehr sagen. Und jetzt geht ab, und jetzt geht ab. Wer gerade auch so. Falsch. 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 Ich wollte die nur über einen Haufen fahren. Ja, der nicht. Hier laufen wir alles vor das Auto. Oh, ich hab welche auf der Haube mitgenommen, anscheinend. Ach, was. Ach, was. Ach, was. Der kotzt jetzt gar nicht mehr. Guck mal. Guck mal. Sein Arm ist abgerissen und der liegt auf ihm. Jetzt war's jetzt erstmal mit dem Spaß, jetzt wollen wir mal weitergehen. So. Aber ich glaub hier, können wir hier einen Cut machen, ja, wo? So viel kriegst du denn jetzt, ich kriegst ihn in die... Komm her! Ja, jetzt ist gut. Jetzt werden wir aber hier einen Cut machen, wir sehen uns dann im Part 17, also bis dahin. Hau da rein und schause. Dann.